Und willkommen zurück. Unser Grashofer Flip ist leider getötet worden. Ist hier oben noch irgendwas drin? Was ist denn du? Tiefpilz. Neh mal mit. Unten noch irgendwas? Was noch essen? Okay, Saat haben wir. Lamotage. Wir werden wiederkommen. Definitiv. Aber jetzt brauche ich erstmal Holz. Viel Holz. Klar, dass diese Häufchen so ein bisschen Mangelware sind auf der anderen Seite. Das ist echt schade. Aber wir nehmen erstmal Holz mit. Ich muss unbedingt mein Haus drüben weit umbauen. Das gibt mir auf den Sack, dass ich zwar nicht ganz durchdacht. Das war nicht so durchdacht, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber erstmal Ressourcen. Viele Ressourcen. Na, da ist noch eine Saat. Geht mir her. Habe ich noch was zu essen bei? Ja. Ein kleiner Spieß. Da ist noch Holz. Können wir gleich noch die Hacke noch mal ein bisschen reparieren. Wer beschädigt. Oh, da ist noch so ein fetter Käfer. Auf ihn habe ich gerade gar keine Lust. Aber schade, dass wir schon nicht hier hochgekommen sind. Achso. Also wissen wir schon mal, wie wir den Kumpel tamen. Müssen wir noch zusehen, dass wir nicht gleich ganz wieder verlieren. Holz habe ich jetzt bei. Oh, das reicht erstmal. Hier ist auch noch gerade eine Menge Holz gespawnt. Okay. Wir gehen unten lang. Ich hoffe, man kann damit über Wasser springen. Mit dem Kumpel. Hier ist auch noch eine Menge Holz. Das ist gut zu wissen. Muss halt nur ein paar Ameisen abschlachten. Ja, meine Achse ist gleich in Ass. Na ja, los, komm. Hau ab. Komm, ich hole die... Mach aus dir einen Snack, wenn du Probleme damit hast. Danke, dass du nichts hinterlässt. Danke, dass du nichts hinterlässt. Siehst du, ich wohne hier unten ja nochmal hin. Aber erstmal... ...sollten wir das etwas ausbauen hier. Okay, reparieren. Okay. Na denn, nutzen wir noch die Zeit. und... ...fundamente. Kann ich das eventuell hier hinbauen? Muss aufm Boden platziert werden? Nicht? Ne, ich muss das hier erstmal... Okay. Bringen wir das erstmal rein. dann würde ich einfach mal sagen dich brauchen wir nicht dich brauchen wir nicht dich brauchen wir erstmal nicht das brauchen wir zum Bauen jetzt definitiv erstmal nicht also dich erstmal raus mit dem Krempel das nehmen jetzt geht es richtig ab hier müssen wir gleich nochmal sortieren also zack 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 ich Ölsaat haben wir sogar noch das ist schön naja nutzen wir gleich mal das Unwetter und sagen 5 zelligen ja entspannt euch kann man nicht jetzt wenn ich jetzt sage Bauer boah ich sehe so viel das ist schön ist auch geil dass er es komplett überbauen kann oder auch nicht ok das geht nicht aber intakt Gebäudeteile ach so Kumpel Kall ist kalt ich würde jetzt sagen wir gehen von hier rein können wir das Lagerfeuer innen rein setzen jetzt zerlegen also glaube ich erstmal die Tür wird jetzt wärmer ähm aufheben aufheben dicke na na komm her ich sehe so viel äh nicht gestützt nicht genug Material paar Arschen Basern naja schönen Dank auch kann ich denn wenigstens ein Feuer bauen da hin der Kessel kommt mir fehlt jetzt noch eine Truhe den Pflanzenfasern ok ist es schon Nacht ja wir können schlafen äh Bett gut dann warten wir bis morgen wir brauchen noch einen Arsch voll Pflanzenfasern hol dir mal was rein dann organisieren wir uns erstmal Pflanzenfasern Pflanzenfasern wo ich warte mh 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 Ich wollte schon sagen, ich habe doch so eigentlich gar nicht viel davon benutzt. Gut, dann nehmen wir den Boden. Das gute Indoor-Feuer ist weltbekannt. Sind wir hier wieder zu. Zerlegen, du kommst definitiv nach unten, das ist definitiv, weil, ganz ehrlich, mir geht es hart auf die Eier. Zerlegen. Steppe. So ein halber Boden wäre jetzt echt ein bisschen gut, können wir noch eine zweite Treppe bauen? Sieht das nicht ganz so kacke aus? Ja. Gut, jetzt kann ich nichts weiter bauen. Alles nehmen. Und aktiv. Kiste. Hier kommen. Ähm. Das soll ich rein. So. Okay. Das. 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 umsortieren. Also. Platz. Sehr schön. Das ist mal irgendwie alles, was irgendwie Essen sein könnte. Giftpilz. Ja. Das ist mal Platzinventar. Das kommt hinten an die Pisse. Aber dann müssten wir Ölsaat machen wir es mal da rein. Dich, dich. Haben wir denn noch irgendwas? Moment. Gutes aus Inventar denn raus. Haben wir noch irgendwas drinne hier? Alles nehmen. Gut. Okay. Macht nicht Sinn, wenn ich dich jetzt hier drunter hinstelle. Oh, du bist groß. Ich hab noch was. Ähm. auch nur dich. Reißen wir die Kiste wieder weg. Einfache Truhe. Nee, ich möchte aber die haben. Einfach haben. Kann man hier noch Holz machen? Nee, leider nicht. Äh, schade. Kann ich echt kein Holz mehr machen? Geht mir jetzt eigentlich dafür. Ölsaat. Hatte ich doch. Ja, ich hatte auch genug Ölsaat. Ein Ölsaat. Hm. Wie viel Ölsaat brauche ich denn für diese Kiste? Ei. Ah. Können wir erstmal hier reinmüllen? Ich würde auch... Ja, bauen wir erstmal das Gebäude soweit weiter. Nicht genug Material. Jo, werden wir uns wieder ranschaffen. Eventuell will ich noch ein anderes Dach bauen. Ja, erstmal. Pizzack. Das, 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 das. Sehr schön. Jetzt werden wir uns erstmal Zeug noch organisieren. Ich habe noch nicht mal eine Tür. Auf Hasern. Na komm. Nee, so nicht, mein Freund. Ich brauche eine Menge Fasern. Können wir gleich wieder Holz mitnehmen. Na, komm. Ja, genau. Ich sehe genauso wenig wie ihr. Aber ich höre sie. Ihr habt Glück umgebracht, ihr Schweine. Ihr seid Schweine. Ich werde euch niemals vergessen, dass ihr Flip umgebracht habt. Flip ist wieder da. Aber erstmal waren wir hinten fertig. Na komm. Da hinten. Okay. Ich wollte schon sagen. Na komm. Blanzenfasern. Na komm. Ne. Ne. Elendiges Vieh. Ich bin offen. Ne, ne, ne. So nicht, mein Freund. Ne, 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 ne. Nein. Gibt ja momentan nichts effektiveres als gegen den, ne? So, weg. Ja, haben wir wieder das Shitin. Einmal was essen. Einmal noch ein Verband rumlegen. Dann haken wir weiter Holz. Oh, ich sehe Bienen. Ne, ne, Bienen möchte ich jetzt erstmal nicht. Die können mal aus Spaß mal triggern. Ja, gucken, ob wir sie vom Himmel holen können. Wo muss noch ein bisschen Kluhlauch. Ich glaube, da kriegt man auch Pflanzenfasern. Kluhlauch. Kluhlauch. Ne, nur Knoblauchblatt. Gehen hier vielleicht noch kleinere Pflanzen rum? Ne. Jetzt werde ich noch ein bisschen rumgucken. Ich brauche auf jeden Fall Fasern. Viele Fasern. Ohne ist Mist. Ja, Insektenei. Ich brauche mehr Pflanzenfasern. Wenn meine Wohnung hat kein Dach und keine Tür. Ich glaube, ich weiß, wo ich Pflanzenfasern herbekomme. Wenn sie schon nachgespawnt sind. Na komm. Ich weiß nicht, was ich mit der ganzen Menge von dem Zeug machen soll. Ich wollte ja auch noch unten in den Steinbruch gucken. Der Käfer ist auch schon wieder da. Oh, ich bin erst mal weg. Nein, wir erst mal ein bisschen rocken. Ich hab dich im Blick, Kumpel. Toll. Wäre cool, wenn man sowas pflanzen könnte, ne? Du hast wie hier ein Grounded. Das ist quasi eine Quelle, wo du unendlich davon hast. Was hier theoretisch unendlich viel davon anbauen könnte. Ich muss gleich noch eine fette Truhe machen. Oh, nicht auch einen Samen. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Ja, ein bisschen Obacht. Da ist noch ein dicker Käfer. Metterlinge. Ne, da möchte ich noch nicht runter. Da gehen wir bald runter. Hört sich auch ein bisschen geil an, wenn die so fliegen. Ich bin hier irgendwie sinnvoll runter. Ich würde mal sagen, wir bauen jetzt erst mal eine Tür. Na? Wir benutzen Ölsaat. Drei für dicke Kisse. Ich würde schon sagen, die Werkbank lassen wir so stehen. Oder? Haben wir Platz im Inventar? Ja. Gut, Werkbank. Mit, 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 ah. Was brauchen wir dafür? Stein und, Stein und Knoblo. Äh. Ähm. Einfaches Bett. Willstruhe, Bett mit Dach. Ich brauche noch Knoblochblatt. Ah, okay. Ich muss doch erstmal ein einfaches Bett bauen. Guck mal, das ist so. Können wir irgendwie eine Fackel bauen oder sowas? Agervoll Werkbank, Steinschneider, Apotheken, Tisch. Rinde. Hm, hm. Gerberei habe ich noch nicht. Dekoration. Fackel. Nicht genug Materie. Hm. Harz. Hm. Wer lesen kann, ist klar ein Vorteil. Ein Stuhl? Ja, so lassen wir das erstmal. Und ein Stuhl. Das kommt erstmal nach oben. Nichts drin, aber schonmal ein Stuhl. Das ist gut. Gut, äh, interaktiv. Wir brauchen Wände. Macht das einen Unterschied? Nö. Okay, hm, Dach. Ist doch Dach, oder nicht? Lobdach, Ecke. Äh, nee. Weg. Nee. Äh. Möchte ich jetzt hier auch mal gerne ein schönes Dach drauf haben. Letzt sich das jetzt auch irgendwie noch? Wenn ich jetzt aber sage... Dach, Ecke. Das ist ein anderes Dach. Okay. Wie funktioniert das jetzt da und hier nicht? Habe ich auch was verpasst? Ich kann auch hier auch das Ding zwischensetzen, oder nicht? Gibt es die Ecke nicht auch andersrum? Müsste ja, dass so ein Ding von oben kommen. Wortgeschritten rotieren. Ah. Ah. Das ist alles bloß wieder eine Faser, ne zwei, aber das ist ja nicht das Problem. Okay. So. So. Oder brauche ich dich? Das ist so schwer einzuschätzen. Mit Schornstein? Ohne Schornstein. Macht das... Das macht nichts aus. Okay. Das ist doch... Das ist doch nicht das, was wir wollen. Ecke, Laubdach. Laubdach, Ecke. Ecke, Laubdach. Ach, so rum. Und jetzt, äh... Glaubdach. Hier können wir ja ganz normal das Dach jetzt zwischensetzen. Wie sieht das eigentlich von außen jetzt aus? Da bin ich ja mal gespannt. Wie fahren wir die Etage mit Platz? Hier haben wir zwei Schornsteine. Ja. Ja. Rudimentär einfaches Hütchen. Ähm. Können wir noch so einen Snack machen? Ja. Okay. Ähm. Ja, dann sortieren wir jetzt schon mal rein. Ähm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall tausendmal besser. Wilde Grashüpferbeine. Ähm. Das. Fettin-Laubblatt. Das. Ja. Wir müssen jetzt nicht 25 Nahrung mit mir rumschleppen. Das. Das auf jeden Fall. Das nehmen wir mit. Das kommt woanders rein. Ölsaaten. Ja, das ist eigentlich relativ egal, wo wir das reinschmeißen. Und auch noch irgendwas separieren. Gut. Mit den Sand. Oh. Ähm. Dichtig. Nahrung machen wir hier das. Das kommt weg. Ähm. Dass wir das ein bisschen sortieren. Blütenblatt kommt raus. Das Zeug kommt nach unten. Ich weiß jetzt nicht, wofür ich das Blütenblatt erstmal gebrauchen kann. Haben wir hier noch irgendwas, was wir bauen können? Feuerstein. Wo kriege ich Feuerstein her? Feuerstein. Moment. Kriegen wir für Stein- und Pflanzenfasern? Schettin. Äh. Nicht eine andere Rüstung. Eine bessere. Erstmal nach da. Das werden wir gleich mal ausprobieren. Fertiges Essen kommt erstmal nach unten. Wir haben dich. Wir haben hier einen Eintopf. Mit das. Mit das. Blütenblätter. Steine nehmen wir erstmal da mit hin. Dicht da. Dicht da. Das weiß ich auch noch nicht, was ich damit anfangen soll. Nahrung. Einfach Nahrung. In Kreaturen heilen. Okay. Ja. Kommt es auch erstmal raus. Erstmal die Waffen hier ein bisschen. Auf eine Ebene bringen. Gut. Später haben wir es. Wir haben Nacht. Ich würde erstmal sagen, wir gehen schlafen. Und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn. Ciao. Ciao.